Heaven to Hades Heaven to Hades Heaven to Hades Heaven to Hades Super, Gotts Heute Let's Play Heute Mit Julian und Thomas Julian, Thomas Erstes Let's Play für mich Ich glaube für Julian auch Ja So wir versuchen das Beste heute Wir spielen Gotts, Gotts wurde released 1991 Von den Bitmap Brothers Und hier Julian neben mir Hat mit seiner Firma Liarbird Das Remake Von Gotts vertont Dadurch sitzen wir heute hier Vielleicht kannst du mal kurz erzählen Das Remake hat wer gemacht? Bitmap, ne Bitmap Brothers waren die originalen Robot Riot heißt die Firma Robot Riot Okay und ihr habt den Ton dazu gemacht? Genau Ich würde gar nicht lange rumreden Ich starte Versuch mal wie weit ich komme Ich hoffe ich habe unendlich Leben Okay, Safe Slot Wir nehmen einen neuen Geile Sounds Beginner neue Quest Das ist ja die Alles klar Okay, alles klar Ah da geht's los Guck mal da kommt noch ein bisschen History vorher Schon wieder fast vergessen Wann hast du das gespielt? Ich glaube ich habe es damals auch so kurz nach Release gespielt Also ich hatte damals Ne Quatsch warte mal 91 Nein, bestimmt nicht Ich habe das glaube ich Ich dachte ich hatte es auf dem C64 gespielt Aber ich glaube ich habe es auf dem SNES gespielt Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern Und ich weiß dass der Typ damals Also dieser namenlose Krieger hieß damals Herkules bei mir So von daher glaube ich war es denn Eine SNES Version Weil hier hat er jetzt keinen Namen oder? Sollte ich es mal überspringen eigentlich? Ja drück doch mal Ich dachte mir dann noch was Hier press A during game to change graphic mode Geil da bist du halt direkt 1991 Ja das ist so ein Modus Das haben die Jungs natürlich nicht gemacht Das hat Robert Riot gemacht oder? Ja Ja genau Wenn du während des Spiels auf den R Button drückst Diesen hier Kannst du in den alten Grafikmodus zurück switchen Und dann hast du zwar kein Sound während des Games Aber du hast halt die voll coole Oh das ist eine 16 Bit Optik hier Geil Mega Aber wir bleiben mal bei dieser Ok get a weapon Ok when you pick up a scroll watch text power Kannst dich denn noch daran erinnern Ist das ja eins zu eins irgendwie nachgebaut ne? Äh ich kann mich ein bisschen an die Monster erinnern Und an die Sounds Obwohl ne Warte mal Die Sounds sind ja neu Ne aber weil hier Dieses Sound Ja Ist echt krass Bitmap Brothers die waren damals schon so weit ne? Auf jeden Die haben auch ein Spiel gemacht? Oh Gott Ich muss nochmal Pull Guck das an Ja Stimmt Ah ja Genau das ist halt auch ein wichtiger Punkt ne? Eigentlich ist Alle denken immer das ist ein Jump and Run Aber es ist auch halt ein krasses Rätselspiel ne? Weil du musst ja irgendwie Guck mal da kommen hier irgendwelche Harpien oder was sind das? Harpien ja Harpien Entschuldigung dass wir da oben gehen Ja aber weißt was ich meine? Ja Voll cool ey Was ist denn hier? Warte mal Oh Gott Fuck Sorry ich darf dir diese Wörter nicht sagen Guck mal ich darf nicht so Doppel Doppelwappen Geht voll ab Aber spawnen die Viecher immer wieder oder gehen die irgendwann weg? Ich glaub die gehen irgendwann weg Ja ok Und diese mit diesen ähm Diamanten die man hier sammelt Ähm Also du hast es ja schon gespielt oder? Ja ich musste es Oh Gott Also früher hab ich es nicht gespielt Ich hab es jetzt eigentlich nicht gespielt Ey das geht ja voll ab Kann ich ducken ja Warte ich kann nicht ducken Ok Du hast ja schon zwei Messer Ja Aber was ist dieser Hebel hier? Der macht ja was Ich will den Diamanten haben Die musst du äh Die musst du Die musst du umlegen Jaja aber wie denn? Vorstellen was war das? Genau Oh Es war Keine Ahnung welcher Button es war Es war auch ein Button Ich glaube es war X auf dem Pickup und Open Inventory Ah hier ist ein Inventory Alles klar jetzt geht es hier richtig ab Ja genau das ist auch das was ich meinte halt Du musst voll viele Schlüssel sammeln Um dann irgendwie halt die Türen zu öften Um weiter zu kommen Ja geht es so rüber Ah ja guck mal Oh Gott Die Viecher wieder Ich nehm mal hier so ne Keule mit Beim Runterfällen habe ich keinen Damage ne? Ne Ne Doch wenn du von ganz oben fällst Ja ok ok Dann mach ich ja immer Aber der springt immer Sag mal der springt immer vorwärts Ist das normal? Oder ok In die Richtung in die du guckst Achso Naja man hat Ich wollte die Keule haben Ich stelle mich an wie der erste Mensch Also Die Mucke ist übrigens richtig geil geworden Wie komme ich jetzt da wieder hoch? Ach hier Alles klar Im Original gab es äh gab es äh gar keine Musik Das stimmt ja Nur Titel So ne Main Also wir gucken mal wie weit wir heute kommen Wurde ich sagen oder? Ja das kriegst du niemals durch Naja nicht in der Stunde die in der wir spielen Ne aber es wird auch am Ende so schwer Ja ok Tu mal unten ist so ein Trank Ist das meine Lebensanzeige? Ja Alles klar Ok hier schon wieder Ja ja Das meine ich mit Rätseln ne Manchmal musst du erst den Einschalter Oh nein Wo sind meine Weapons hin? Jetzt sind die weg Doch in die Hinse Ok warte mal Jetzt habe ich hier Jetzt ist alles gut Naja das ist irgendwie rein Guck mal Tja Tja Siehste mal Thomas Das krass ist dass die Viecher auch noch zurückschießen Aber hier in dem Fall schießt er in die andere Richtung Das kann man auch Also ich weiß es ja Weil ich musste ja jede Waffe vertonen Und jedes Viech irgendwie Ja Oder beziehungsweise wir Wie viele Waffen gibts denn? Es gibt sau viele Da kommen so noch richtig abgefahrene Waffen Und wie viel Wie viel Enemies gibts das ungefähr? Weißt du das? Jetzt wenn du mal schätzen müsstest Ja so 30 würde ich sagen Ok Bestimmt Und man hat hier auch einen Bosse So Wächter heißen die glaube ich Ja Ja Daran kann ich noch einen haben Bis jetzt läufts auch ganz gut oder? Ja das war's Tata Tata Yes Aber das ist auch nicht das Das war 1-1 Jetzt kommt 1-2 glaube ich Na so klassische Levelmodi 1-1 bis 1-4 dann wahrscheinlich 1-4 genau Ok jetzt geht's weiter Äh save ist automatisch? Ja Ja Ok Ich geh mal hier rüber Oh guck mal hier war schon neuer Enemy Ja Ja 30 Stück Ich kanns echt gerade überhaupt gar nicht sagen Aber weißt du was man kann Ah hier ja Geil Was ist das da oben? Du bist unsterblich gerade Ach hier kann ich durchlaufen ja? Voll geil Wie komm ich noch hoch? Hier ist eine Hier ist eine Geiles Spiel Oh scheiße Hast du dieses Ähm Ähm Wie heißt die Unsterblichkeit Hast du das auch jetzt Liegt das da oben nochmal? Ne ne? Ne ich hab auch nichts im Inventar Du sag mal Auf welche Plattform kommt das raus? Weißt du das? Äh jetzt ist es glaube ich auf Steam draußen Und auf der Switch Ne auf der Xbox Bin ich eigentlich gleich tot wenn ich durch die Oder verli- Ne aber du verlierst Energie Ne aber du verlierst Energie Oh Ah Bis gleich Bis gleich Das ist doch gleich tot Bis gleich tot ja Aber jetzt switch mal den Graphic Mode Ah schade aber der Sound den fand ich eigentlich im Original so gut Was Ich find den Sound eh geil Es ist ja alles so leicht Wach mal Da ist so ein leichtes Delay drauf Huh Huh Das hört sich ein bisschen an wie John Claude Van Damme beim Bloodsport Ja Das war auch die Zeit Oh shit Für die neue Version haben wir echt äh die ganzen Messerwürfe und so äh richtig recorded Also so Foley mäßig Das hat echt Bock gemacht Sind wir in so ne Kammer gegangen und haben die ganze Zeit Messer an die Wand geworfen Guck mal Wie er hier äh schön so einen athletischen äh Spagatfaschen legt und hier Knallhart mit dem muskulösen Bein einfach auf diesen Oh guck mal der steht auch mit dem Hacken auf der Kante Ja die Grafik ist sehr gelungen Ja definitiv ja Okay alles klar wir müssen in die andere Richtung Wenn du diesen Zaubertrank da nochmal hast Ist das 3 Messer Ja Dann change nochmal den Mode Dieses Sound war so gut Wie krieg ich eigentlich Wie komm ich an hier Nein shit Du musst da Ne du musst wieder zurück Du musst zurück Aber ich muss oben rüber oder wie Ja 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 Okay alles klar Bitte ganz nach oben auf die Leiter und dann nach rechts schöpfen Hm Das geht nicht Dann erst nach links und dann rechts Hm Hm Aber wie hab ich das Ding von bekommen Ach daaaah Da ist der Key Ja das meine ich mit Rätsel-Game halt ne Trap-door-Key Da sind so viele Sind so viele Schlüsselversteck Rätsel-Cheer Okay Ja Das krass ist Ne von dem Von dem oberen gehts bestimmt Darüber zu springen? Ja Hm Oh Du hast recht Oh shit Ey Jungs Alter was geht der Blocken kann man irgendwie nicht Und man kann nicht auch noch umschmeißen Der hat kein Schild ne? Das Herkulis aber auch wahrscheinlich So den Mode Das auch Richtig fettes Teil Ach shit jetzt bin ich aber runtergefallen Jetzt muss ich Oh nein Da musst du glaube ich sogar rum Ah die Tür ich hab die Tür aufgemacht Zack Aber ich hab oben ne Maske liegen lassen Nein Okay egal Ich lauf mal weiter Kommst dann wieder hoch Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich muss man ja Einfach lang Hat man eigentlich unendlich Weapons ja ne? Ja Wie krieg ich den? Wieder mit Inventar Ah stimmt Den Keramik Pot Was macht der? Was macht der? Äh weiß ich nicht Der tut Wow jetzt wirds eng Jetzt wirds eng Du hast gar nicht Du hast Oh fuck Ey der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht der einfachste Ne Da Den meinst du ne? Mega Ey die Bitmap Brothers Ey die haben Zett gemacht Das hab ich so abgezockt das Spiel Zett war so ein Spiel so ein Strategiespiel Das war so ein bisschen wie Command & Conquer Ja das kenn ich Ey das war so geil Das Unlaublich gutes Spiel So jetzt hab ich den Sag mal haben wir eigentlich Haben die Turrican gemacht eigentlich? Turrican? Das weiß ich nicht Ich glaub schon Da wird auch ein Remake kommen ne? Okay alles klar Irgendwie ist es ja ein bisschen gemein dass die Dinger hier einfach spawnen Ohne Boah die ziehen richtig aus Ja das kommt aus nichts So kommen die denn her? Ne ja die spawnen einfach so random Oder nicht random aber du siehst sie halt vorher nicht Man kann sich ja vorher nicht auf einen Ey jetzt hab ich das Ding angemacht Warte nochmal wieder hoch wieder runter Wieder runter Ist das dein Ernst? Hab ich? Hä? Geht nicht mehr weg Ist das nicht? Das ist ja wirklich Warte mal Aber ich kann rüberspringen bestimmt Warte mal Meinst du? Jetzt Glaube ich nicht Doch Alter Siehst du mal Und jetzt? Jetzt wahrscheinlich wieder zurück Auf den Weg wieder hoch zu machen Wohin liegt das so ein Diamant? Ja deswegen Der Scheiße Wir können wir können Oh nein Nein Da hast du einen Schlüssel Ich finde immer einen Schlüssel Vielleicht brauchen wir oben für den Diamant einen Schlüssel Wow Roomkey Na ja Das sieht nicht aus wie ein Bäumchen oben Ey ich muss ja mal dazu sagen hier Normalerweise bin ich hier Ohhhh Ohhhh You have been defeated Please try again Ich dachte du bist eigentlich Ja Mehr so ein Pro-Zocker Nee Nicht bei diesen Games Wieso? Weiß ich auch nicht Es ist doch das erste Mal dass ich jetzt mal wieder spiele Seit 20 Jahren glaube ich Ja 91 Jetzt haben wir 18 Haut schon hin Okay Nee das hört überhaupt nicht hin Nee Das ist viel mehr Ja oder viel mehr Vielleicht hast du ja nicht gleich 91 gespielt Ich glaube jetzt Schick eine E-Mail wenn ihr die Lösung kennt Der hat ja keinen Sound Der hat aber nicht viel Sound Okay jetzt kriege ich ganz viele Sachen Nee ähm Also ich glaube ich habe es nicht direkt bei Release damals gespielt Weißt du was ich jetzt wieder vergessen habe? Ach das war so klein Ach jetzt nicht guck mal Hier oben sind die Ah ok da oben sind unsere Lives Da kommst du nicht durch Ja nee aber ich muss ja Weil ich muss hinten diesen Key holen für ähm Da war noch einer? Ach ja stimmt Ja und wir sind jetzt Nach oben kommst du jetzt nicht? Ja shit das ist so krack Ich muss erst nach links Ja Voll der Boon Ey sorry Jungs Normalerweise bin ich auch DJ Aber meine Passion liegt beim Gaming Aber meine Passion liegt beim Gaming Ja aber ich komm langsam rein Ist geil ne? Hauptberuf DJ, Nebenberuf Gamer Gamer Aber guck mal wenn ich mich ducke Doch dann trefft ihr mich trotzdem Was ist denn das? Also man muss doch irgendwie blocken können Das ist doch Ne geht nicht Ah doch es gibt glaube ich ein Schild Das kommt später Ich weiß es auch nicht mehr genau Ok Na wir kriegen schon hin So jetzt spreche ich darüber Aber hast du das durchgespielt damals? Kannst du dich daran erinnern? Ich glaube nicht Es war so ein bisschen wie Supergolden Gold Das war auch so schwer Ja ich hab live bekommen Was geht denn hier ab? Wow Also grafisch ist es echt top Ja Das ist wirklich gut Aber fürs iPhone kommt es nicht raus Doch iPad Klar Eigentlich sollte es erst glaube ich Nur auf dem iPad rauskommen Jetzt hat er irgendwie PS4, Switch, Xbox, Steam Ich bin schon wieder nicht an die Maske gekommen Ach so ein bisschen Ah ja Xbox, Steam Guck mal jetzt hier kann ich Ich kann die Sachen noch einsammeln Aber Na gut Ich weiß nicht ob es fürs Telefon Es wär geil Es wär wirklich toll weil Ich bin viel unterwegs Oder ey Weißt du was Für welche Plattform Für die Switch wär das super Ja ist Kommt drauf Na denn Na denn Weißt ja was zu tun habe Du hast wieder nicht zugehört Hab ich nicht Bei dem Lee Es wär einfacher wenn sie nicht zurückschießen würden Der Honeypot macht was? Keramik Keramik mein ich Der macht Keramik Das ist doch so In so einer Hacker Sprache oder? Wenn man so ein Ding platziert irgendwie Und Leute darauf Weiß nicht Wie nehm ich den? Kann ich den benutzen? Den hast du ja jetzt Ich hab den gerade benutzt Der ist halt mir fallen lassen Ich dachte Ach so dass du den trinken kannst Ja Diese Dinger von hinten Die kommen ja so schnell angeflitzt Okay Ist definitiv ein tolles Spiel Ja Ist echt krass Ich musste mich mal hier ein bisschen Hast du ja Du hast ganz wenig Energie Ja Nimm mal dieses Ja das probier ich ja Aber wie funktioniert das? Bringt nix ne? Kannst es nur verlieren Oder mit Ne Er hat nix gebracht Ist ja echt mies Aber was macht es denn auch? Vielleicht muss man das wie bei Indiana Jones auf so einen Sockel stellen und irgendwas anders runternehmen Kann ja sein Ich kann mich aber echt nicht dran erinnern Nein Sorry Erstmal links ne? Ne jetzt bin ich schon unten Ach so Jetzt kann ich gleich loslegen die Viecher zu killen Das mach ich auch gleich Und duck mich danach und zah Guckt es an Jetzt sind wir wieder an dem Punkt Ja nicht drin Ach so machst du wieder Nicht den Schalter erst Du hast vollkommen recht Warum mach ich das? Aber ich kann ja rüberspringen ohne Schaffst du bestimmt jetzt nicht Ah da Da ist Da ist der Pro Weißt du was ich geh einfach weiter runter Und dann guck ich mir nachher oben das Ding an Kannst du auch nach links vielleicht jetzt Und da ist ein Schlüssel Den brauch ich bestimmt Ja weiter nach links Guck mal da ist noch ein Schalter Oh Gott Ah die brauchen zwei Geh mal nach links Ja Alles klar Aber wollen wir nicht erst mal an dem Schalter ziehen? An diesen da? Hast du den Stierkopf gesehen? Ist oben das jetzt offen? Was macht der Schalter ist die Frage Und da ist er Boah guck mal den Der will die auch immer spawnen ne? Einfach so random Find ich so ein bisschen schwierig muss ich ehrlich sagen Und da oben ist alles voller Zeug Und das brauchen wir Was ist wenn ich durch die Tür gehe ist vorbei? Nee das brauchst du bestimmt Ist es vorbei? Ich weiß nicht ob du Ist ein Teleport Ah Lasso Guck dir das an Hier brauchen wir alles Flask Flask ist was zum auffüllen Das weiß ich Oder was zum wegschmeißen Dann nehm ich das Nee da kannst du was reintun dann wahrscheinlich Oh noch ein Schlüssel Keramikvase schon wieder Was macht diese komische Keramikvase? Der World Key Guck mal in dein Inventory Select and open to drop Ja weil du kannst nur vier Das ist doch Herkules Ich dachte der kann hier wie Was schmeißt man weg? World Key? Wahrscheinlich nicht Flask Nee das was du jetzt als letztes nehmen wolltest Das brauchen wir ja nicht Das haben wir doppelt da oben Also schmeißt man Flask weg Vielleicht kann man die auch füllen mit irgendwo Ja aber mit was ne? Haben wir schon an den Schalter gezogen? Nochmal zum Vergleich Das ist so Ja das sieht schon Athletisch Oh Nice Ich glaube ehrlich gesagt dass es auf der alten Grafik einfacher spielt Weil da irgendwie ist kein Delay Doch man hat doch so ein Lech Was für ein Delay meinst du? Ja so ein bisschen auf dem Gamepad Ja Der dreht sich halt so lange von links nach rechts Ist der jetzt nicht so Ja ja verstehe Ist ja nicht der Zorro Ist der so der Herkules Ähm wir müssen jetzt oben da rankommen Ja Oh guck mal Da sind doch Komm gib Gas Da sind doch Da sind doch Klappen Siehste Ja ja die habe ich ja gesehen Ja Oh Gott oh Gott oh Gott Ey der spawnt direkt vor meiner Nase Hast du das gesehen? Ja Da kann ich nichts Jetzt kannst du durchlaufen Das ist ja abgefallen Ähm das sind einfach Schalter die die Falltüren aufmachen Aber wie krass ist das denn? Du gehst da hin Und es viel spawnt genau auf deinen Füßen Ich meine das ist ja irgendwie So ist das ne? Das ist nur für Pro-Game aus Ja das stimmt einig Das stimmt Leute von alten Schule Wieso Ob ich hier nochmal reingehen muss? Ne Aber vielleicht hat der Schalter irgendwas damit zu tun Da waren wir ja eben stehen geblieben Dann mach ich jetzt einfach den Sound Nein du hörst doch den Schalter umlegen man Den? Ja Der also Der war ja schon unten Den hatte ich ja vorher schon umgelegt Ja ich weiß Aber soll man den oben lassen? Manchmal muss man den Schalter zweimal Also meinst du ja nach oben Vielleicht lassen wir den mal oben Ich glaube du hast es schon gespielt und tust du jetzt Ne Das habe ich auch gerade gedacht Ob du das denken könntest Wir verstehen uns Okay ich duck mich lieber jetzt Boah Voll diesen spartanischen Iroh da oben auch rasiert Ich weiß jetzt hier gleich ein Fiesbohnt Ja ich mach den Schalter Jetzt kommt es nicht mehr Jetzt kommt es nicht mehr Jetzt kommt es nicht mehr Jetzt geht es auch Hä? Ah shit Können wir jetzt nicht mehr zurück? Ich glaube nicht Doch man kann glaube ich zurück Weil wir brauchen den Schlüssel wasche Den World Key haben wir? Ne man kann nicht mehr zurück Mist Also wie ihr seht Kann man auf jeden Fall noch mehr Items und Secrets In diesen Welten finden Also Secrets sind es ja nicht Weil man sieht es ja Aber The Way ist das Secret muss ich sagen Du musst wieder anfangen Ja Kann man denn die Level eigentlich Wenn man die durchgespielt hat Anwählen und dann nochmal spielen? Bestimmt oder? Wie Da gab es nur diesen Speed Modus Wie heißt der? Speed Run Den habe ich auch gesehen Aber der ist ja glaube ich nicht so gut für Secrets finden Ähm Okay Kann ich jetzt zurück? Nein Die Tür ist zu Vielleicht im alten Modus Nein auch nicht Weder noch Willst du mal eine Runde spielen oder? Okay mal jetzt wer da kommt Wer ist er denn? Aha Collect treasures in a level to earn money to spend in the shop Select an item and press A to buy Aber wir haben 7100 Gold mit Wie hat man damals noch Cisternen? Ach ne das war im Rom Cistercen 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 Ich will mal einen Schluck trinken Ja geh mal Ich kauf jetzt mal was ja Ich entscheide okay Ja Alles klar Hast du Bock auf ne Keule oder erst nen Apfel? Bist du Veganer? Dann gibts den Apfel Ja ne Keule Alles klar Guck mal Throwing Star Power To Value Also man hat hier Power Portion Increases Weapon Power Okay Ich glaub ich nehm was Food Restores Energy Also wir haben 7000 Dinger Ich würd mal einmal dieses Herzchen kaufen hier Glaub ich Was ist denn der Zahn Oder ist das ein Zahn Oder was ist das? Ach ne es ist ein Freeze Button Ich find das ja auch wie ein Backenzahn Ja Aber es ist ein Freeze Du kannst halt so alles einfriesen Ich würd einmal den hier nehmen Den mit dieses Herzchen Health Restores Energy Aber Food macht das auch glaube ich Aber hast du das denn im Inventory dann oder was? Wahrscheinlich Oder Shield Was denkst du? Achso ne Shield ist Shield ist aber nicht das Schutzschild Ich kann das ja nicht lesen Was steht da? Shield in Unverwundbar oder? Ja Das ist halt einfach Sollen wir so ein Ding nehmen? Oder ein schönes Weißbrot? Ja nimm mal ein Herz füllt Energie auf einfach Ja das macht okay Ich nimm mal einfach so ein Herz Was kostet ein Herz? Fünfer Kostet alles ein Fünfer Ne vier Oben kostet Toi Ne der kostet Das Herz kostet Vier Wir haben sieben eins Du hast recht Okay nehm ich ja 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 Und dann nehmen wir noch nen Apfel Und ne Keule Was bringt der nen Apfel? Macht auch äh 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 Ähm Heels Ja Los komm So Alles klar geht weiter Leave the shop Und wie kann ich das anwählen? Ne wo ist denn das? Nimm das vielleicht automatisch Hint the lightning bolt Achso du meinst dass es äh gleich ausgelöst wird Kostet Ja Sobald du ein Ziel einsteigst Ja so ein Auto So ein Autoauslöser Hint will keep up to defeat the guardian Okay man da läuft Blut aus Achso das heißt wenn man ins nächste Level kommt bleibt der Energiebalken auf dem Vielleicht Ich weiß nicht vielleicht ist es auch wenn du so kurz vor dem Death bist dass du irgendwie automatisch Kommt Blut aus den Köpfen raus Naja äh Tempel des Todes hier Krass Voll Okay mal unten kommt die Keule hoch und runter Mit so einer Stachelkeule Also wirklich ein brutales Spiel Ab welchem Alter ist das? Ich würd's meinen Kids glaub ich noch nicht zeigen Obwohl in dem Modus geht's vielleicht Ey guck doch auf Blut drauf Naja ist da klebt es Spring mal jetzt mit dem Ja und jetzt springen wir mit Au das war aber knapp Im anderen Modus Wie weit Da sagt er nichts Ne da macht er keinen hü Doch Aber Christian hat extra was aufgenommen Christian ist das eigentlich Eigentlich macht der hü hü Ja Christian er macht nicht hü Vielleicht müsst ihr das nochmal fixen Das ist ein kleiner Bug Kleiner Soundbug Und dieser Stier da oben der macht mich wahnsinnig Also ich muss jetzt quasi über die Keule, durch den blutenden, toten Kopf und... Du musst erst mal nach ganz oben und links nach links schießen. Ach, kann ich nicht abschießen, die Viecher? Bestimmt. Ja, siehst du. Digi, warum sagst du das nicht vorher? Ja, wusste ich ja nicht, hab mich vermutet. Vermutet. Aber erst mal voll reingesprungen. Oh, hier. So. Back of Gold. Ist immer gut. Ah, oh, 50.000. Zack, 50.000. Noch einmal. Hä? Krass. Guck mal, du kannst jetzt... Das hab ich geschlossen gerade. Da ist wieder... Da unter ist noch was. Ich hab ein Archiv-Man. Time is up. Oh, toll. Hä? Nein, ich mein... Ach, man kann die Archiv-Man sammeln, ja? Ist ja geil. Ich geh mal rüber zu dem Frosch da, oder was ist das? Ist das ein Frosch? Kann man nach unten gucken? Da ist ein Frosch... Da sieht aus wie so eine Irrmutsch... Stimmt. Eine Kröte, ne? Ja, oder eine Kröte halt. Liegen. Nein! Ach, was mach ich denn da? Das war... Ja, wirklich, Thomas, ey. Voll der Mug. Aber hast du gesehen, da ist gerade noch was runtergefallen? Ja. Als du ganz oben warst... Ich heg dir mal den Diamond an, ey. Was ist das passiert? Hä? Das war jetzt sehr merkwürdig. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Ey, aber geh mal kurz ins Menü. Warte, das kann ich nur machen, wenn ich... Oh, wie hoch immer springt. Ich meine nicht ins Inventorium, ins Menü. Achso. Pause. Äh... Scheiße. Options, nochmal options. Mach mal die Musik leiser. Die Sound sind ein bisschen lauter. Gut. Ja, muss reichen, ne? Lass mal sehen. Man kann ihn auch richtig, äh... Welche Quality ist gemein? Na, die wahrscheinlich die, äh... Auflösung. Lass mal auf Ultra... Das ist auch richtig Ultra. Ne, aber ich glaube, dann lag's ein bisschen. Warte mal, hört's. Ich mach mal nochmal. Auf Medium war okay, glaube ich. Guck mal, du kannst... Warst du vorher auf Medium? Ja. Aber jetzt ist es mit dem Sound, ist es ein bisschen... Du musst dir mal den Stier vorstellen. Da guckt er aus einem Wandloch raus. Auf einmal kommt so ein Typ hochgesprungen. Schmeißt dir ein Messer, dir erstmal sechs so Dinger ins Gesicht. Du bist gerade am Luft holen, willst den Typen ins Gesicht spucken mit dem Feuerball. Und der kommt auch... Mann, ich hau immer gegen dieses Mikro hier. Entschuldigung. Das war aber ein guter Move. Guck, da kam der. Hast du gehört? Ist irgendwie voll weit weg, ne? Guck, was lauter machen? Lass mich nochmal richtig laut machen, hier. Was mauerbärze. Ne, ich glaube... Da passiert gar nichts, wa? Oh, das ist ja voll in der Bjar... Voll in der Bjarne hier. Ah, ich weiß warum. Shit. Mann. Da, ein Key. Ja, das ist auch krass, ne? Dass man nicht... Gegnern gar nicht eigentlich ausweichen kann, weil man eventuell... den Schlüssel gar nicht mitnimmt, ne? Man muss eigentlich alle platt machen. Ich finde, ich liebe es, alle platt zu machen. Ich liebe es im richtigen Leben. Boah, ey. Wie viel brauchen die denn, ey? Was war das? Fireball. Geil. Schieß mal. Wie kriege ich den? Ach so. Ja, mit Fireball. Guck mal. Fett. Fireball. Wie ist das Ding? Da. Guck mal, was da kommt. Das ist doch hier wie so'n Ding wieder. Warte. Ja. Oh, geil. Das hört sich ein bisschen an wie der Wolfenstein damals. Oder Doom. Ich hab unten, glaub ich, noch was liegen lassen, oder? Soll ich nochmal runtergehen? Was soll's da liegen lassen? Weiß ich nicht. Guck mal, da geht noch eine Leiter runter. Und da ist noch ein Hebel. Oder geht's... Shit. Guck mal, nochmal hoch. Ja, wie denn? Den Hebel. Ach so. Aber ich komm nicht mehr hoch hier. Springen, geht nicht. Doch. So. Aber ich mach den hier mal runter, ja? Weil, oben war er ja. Ja, ich weiß. Manchmal muss man aber runter machen und wieder hoch machen, um weiterzukommen. Woher weißt du denn das schon? Ja, ich musste das ja auch die ganze Zeit spielen. Ah, ja. Guck dir mal den an. Wenn du Sounds machst, musst du halt immer Videos machen von den einzelnen Gegnern. Ja, ich... Ich mach's mal so kurz und, ähm... Oder weißt du, dass es so ist? Nee, bei dem... Ich weiß nur, dass es allgemein so sein kann. Ich hab's alles auch wieder vergessen. Du... Aber langsam bin ich drinne. Jetzt bestell ich mich nicht mehr so knabenhaft an hier. Was geht hier? Drei Keulen. Die kann kein Mensch überspringen. Oh. Guck mal, da hinten der Berg. Ist bestimmt der Olymp. Und heute den Thessaloniki, soweit ich weiß. Oder die Alpen. Herkules in den Alpen. So Teil 2, denn er... Aber ist ja eine namenlose Krieger. Er kennt ja auch quasi, ähm... Maximus Aurelius... Äh, nee. Von Gladiator sind der Typ. Ey, die spawren nicht so krass. Ey, die spawren nicht so krass. Ey, die spawren nicht so krass. Wahnsinn. Da! Nochmal! Aber der hätte ja gar nichts tun können, ne? Wahrscheinlich musst du aber echt da hin. Ey, das ist ja auch ein neues. Ey, wie... Aber guck mal, jetzt ist es schon... Wie sehen denn die Gargoyles aus im alten Modus? Oh, guck mal hier! Pass auf! Wow! Hast du das gesehen? Ja, auf jeden. Wow! Nochmal, die kommen alle. Krass. Shit, ey. Oh, Mann. Oh, da ist ein Schalter. Den hast du auch schon... Achso. Oh, scheiße. Also, dass das alles Viecher sind, hätte ich mir schon denken können. Du Spezi. Meinst du? Weil der erste ist ja nicht... Oh, Mann. Aber habe ich denn noch Inventory, wo ich... Man kommt... Man kommt aber... Schritt für Schritt weiter, ne? Also, es ist schaffbar, ne? Man muss halt nicht immer wieder von vorne anfangen. Erstens das und ich finde... Ey, Mann. Es hat einen hohen... Also, man lernt hier aus seinen Fehlern. Weil bei manchen Games, äh... Sind ja wirklich die Gegner... Äh... Die verändern auch ihre Verhaltensweisen. Hier wiederum nicht. Was meinst du damit? Naja, wenn du zum Beispiel, ähm... Also, hier spawnen die immer auf dem selben Punkt. Ne? Also, wenn du einmal stirbst an der Stelle... Dann kannst du... Die schießen die Dinger. Die machen das. Na klar. Ja, das habe ich doch eben gefragt. Warte mal. Jetzt bin ich hier gefangen. Der kommt nicht rüber. Boah, krass. Aber nur über den Feuerball. Wahnsinn, ey. Du. Das sind zehn Jahre World of Warcraft. Fetten Fireball. Dann mit meinem Mage. Ey, guck mal. Man kann die anschießen. Ach so. Und dann... Ah, verstehe. Oh. Ne, das war Zufall. Ey, jetzt... Was ist denn? Du musst da runter. Ja, mein Ding ist weggefallen. Oh, der oben. Der von oben. Der von oben. Hast wieder neue Energie bekommen. Achievement. Wait for it. Hm? Hier unten. Ah. Meinst du, ich soll jetzt da runtergehen? Ich glaube, da waren die drei Keulen. Wenn ich da runterspringe, bin ich... Hast du einen Schlüssel gesammelt jetzt? Ja. Zeig mal. Ah. Soll ich dir mal zeigen, wenn ich da runtergehe, falle ich in die Keulen? Ne, doch... Oh Gott. Mann, ey, das war jetzt auch wieder was. Ach so, ja, das stimmt. Ne. Mann. Reicht nicht. Das sind Schaltertüren. Ja. Man kann restarten at last save point. Ach, du bist richtig Game Over. Also doch. Naja, für das Level wahrscheinlich, oder? Naja, save points sind halt immer, wenn du durch eine Level-Tür gegangen bist. Mhm. Okay, wir probieren es nochmal. Ah, jetzt kommt der Tiefgeist hinein. Ist auch, der hat so einen Latschen. Aber wir haben dieselbe Asche. Ach so, aha, okay, verstehe. Aber sollen wir jetzt das Herz kaufen? Guck mal, da gibt es ja auch Waffen. Hab ich gar nicht gesehen. Sollen wir mal ein bisschen bessere Waffen kaufen? Anstatt das Weißbrot und in die Keule? Was ist denn das da drüber? Über dem Herz? Na, so ein Schuder, der nach oben und nach unten fliegt. So ein Arc. Soll ich so den kaufen. Ist doch geil. Nimm mal. Okay. Und vielleicht noch was anderes? Den Backentarn? Was soll das eigentlich mal sein? Der freest irgendwas. Ja, nimm doch mal. Das ist bestimmt so ein... Komm, wir probieren es einfach. So eine Eiswaffe. Schiss, ne? Ne. Ja, die fallen nämlich runter. Das Problem ist, dass jetzt das Ding... Jetzt werfe ich meine Messer wie eine Shotgun. Was ist daran schlecht? Naja, vorher war das ein bisschen konzentrierter. Und du hast mehr Damage gemacht. Guck mal, jetzt. Ach so, verstehe. Die streuen mehr. Ja. Naja, und wenn die mehr on point waren, meinst du? Ja, hast du einfach mehr... Sag mal, schießt du auch immer einen Held? Ne. Ah, vielleicht guck mal auf den... Aber was du festgestellt hast, gibt es auch nicht. Ist ja kein Competition Pro, ne? Den Affengriff. Ja, jetzt habe ich da oben die Keule eingemacht. Shit. Aber weißt du noch, ob du es auf dem C64 gespielt hast oder auf dem NES? Ich glaube auf dem NES, weil auf dem NES war es der Typ Herkulis. Das ist echt schwer. Ja, weil die einfach so random sind. Die Jungs da. Ja, ich bin da. Yes. Oh, schön reingesprungen. Besser geht's ja nicht. Ich krieg den immer noch ab. Soll ich die Keule jetzt... Guck mal, da kommt die beim Hochgesprung. Was war das? Das weiß ich nicht. Extra Life auf 5000 Points. Ah, du kriegst ein Extra Life, wenn du 50k erreichst. So. Den habe ich zugemacht. Die Sounds sind mega. Wer hat die wohl gemacht? Was? Was war das jetzt? War das die Keule? Hä? Das würde ich mir gerne nochmal angucken. Das hatten wir, guck mal, das hatten wir vorhin schon. Jetzt geh ich da rein. Das wäre ich da umgebeamt. Also musstest du? Nee. Unwaarschlich. Aber das zieht ja immer ab, ey. Wegen dieser scheiß Wurftechnik da jetzt. Kann man die jetzt nicht nochmal wieder umstellen, oder was? Wahrscheinlich. Ich guck gleich mal. Wo könnte man die umstellen vielleicht? Ja. Nur wieder im Shop. Ah, den. Was macht der Zahn jetzt? Ach, der hat den Typ jetzt doch um eingefroren. Alles eingefroren. Wie lange denn? Ah, verstehe. Frei rumlaufen. Scheiße, das hätte man woanders machen sollen vielleicht. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt kommen sie nämlich die ganzen. Oh Mann, ey. Guck mal, ich fiel die gar nicht mit diesen neuen Waffen. Aber gut geduckt. Aber sehr gut. Nee, guck mal, jetzt krieg ich die aber gar nicht mehr tun. Ja, ja, alter, du kriegst die halt nicht mehr tun. Ja. Aber das muss man jetzt doch irgendwie nochmal ausstellen können. Das ist ja blöd sonst. Weißt du? Ja. Voll. Aber hier ist vielleicht echt eine gute Stelle, um diesen Zahn zu benutzen. Ja, den habe ich leider nicht mehr. Da kommst du ja niemals hin. Okay. Das muss irgendwie anders gehen. Ey, es kommt auch... Kannst du auch im Ducken schießen? Leider nicht. Das ist echt hart. Aber so viel ziehen die gar nicht ab. Nee? Nee. Boah. Alter, was für ein nerviges Viech, ey. Ich habe wahrscheinlich gestern zu scharf gegessen. Guck mal, was soll ich denn jetzt sagen? Fireball. Ja, der Fireball ist einfach... Der bringt es. Ohne Fireball. Aber der fliegt auch so und du triffst damit gar nicht. Ich habe irgendwie Angst, hier Hebel zu ziehen mittlerweile. Ja, weil man immer runterfällt. Ja, oder auch eine Keulung, wo er rauskommt. Das ist ein lastiges Hebelbezieher. Aber ist er denn? Er ist voll am rumhüpfen. So ein Gollum für Arme. Wie komme ich hier runter? In diese kleine Lucke? Ja, glaube ich. Gar nicht, glaube ich. Das ist nur der Weg zurück. Was ist, wenn ich jetzt hier den Hebel ziehe? Dann geht unten das Ding auf. Bestimmt. Soll ich mal runtergehen? Jo. Da war ich noch nicht, ne? Boah, voll rein. Der geht nicht ganz nach rechts. Ja. Oh. Das ist so ein Ausfallschritt. Das ist so ein Spadder. Spadder. Ey, unten sind wir noch gar nicht nachgelaufen. Fert mir gerade. Aber ich laufe auf die Leiter und der fährt voll runter. Der muss sich doch erstmal... Also es ist echt schwer. Es ist echt schwer. In welchem Level sind wir jetzt? Immer noch im Zweifel? Ah, okay. Immerhin. Aber noch kein Endgegner. Also bis zum Endgegner müssen wir kommen. Definitiv. Die Endgegner sind nämlich ziemlich... Jetzt kommt der Typ da rüber. Kannst du mal kurz was kaufen? Und ich erstmal kurz... Ich muss nämlich immer... Den Zahn nehmen wir nochmal für diese eine Stelle, ne? Oh! Was ist jetzt? Wieso ist der ganze Rest recht? Na, weil das nicht mehr verfügbar ist, weil du kein Geld mehr hast. Ah. Das dürfen wir auf keinen... Was ist er hier? Weapon... Guck mal, das ist halt fokussierter. Ja. Das war halt scheiße, weil die dann nach überall geflogen sind und das... Was hast du denn als erstes gekauft? Na, den Zahn. Dann nehmen wir die. Ja, dann nehm ich nochmal die, ne? Okay, und raus. Komm ich mal weiter. Oder willst du mal? Nee. Ja, ja. Viel besser. Guck mal. Guck dir gerne zu. Ja. Jetzt ist ein Stück Schokolade. Nee, danke. Was ist das für eine Sorte? Na, kostet man das besser. Nuss und... Nimm doch eigentlich... Lässt du zwei Arbeiten? Doppelpack. Ja, klar. Guck ich erstmal jetzt richtig schön ins Mikro rein. Ja, Schäfer, wir hatten Chips gekauft. Seid froh, dass wir keine Chips gekauft haben. Wir hatten erst überlegt. Was ist das denn mal? Ja, ne Fanfare. Ja, okay. Aber in welchem Zusammenhang? Die kommt gleich noch... Nee. Ich glaube, immer wenn du... Ich muss mal eine Sache testen. Wenn ich auf die Leiter zugehe, fährt er sofort runter. Was muss ich machen, weil er sich an der Leiter festhält? Springen. Ich springe auf die Leiter quasi. Heutzutage geht man nicht mehr auf Leiter, man springt auf Leiter. Ja, man springt. Und dann nach oben drücken wahrscheinlich. Nee, ich muss einfach direkt nach oben drücken, wenn ich auf die Leiter zugehe. Ja, ja. Oh, nee. Krieg ich doch noch nicht den Tipp. Da kommt wahrscheinlich auch nicht rüber. Ich bin jung, ey. Nicht mit mir. Das ist komisch, irgendwie. Die Sounds sind irgendwie so voll bei Kack. Läuft besser mit den Messern, ne? Ja. Aha. Das ist einfach ein Item gewesen. Mhm, die waren fahren wieder. Da siehst du, und das meinte ich letztes Mal, dass du das holen musst. Was? Was war das denn? Wieso sterbe ich denn da an der Stelle? Das ist schon wieder diese Stelle. Ist es die Keule? Verstehe ich nicht. Das ist nur da das Teil, wenn du zuvor da gestorben bist, weil du hast immer das, das, was du runterholst, weißt du? Mhm. Dieser grüne Diamant. Und hier wie die Stelle. Ruhig. Und auf einmal kommt der Spartaner darauf gesprungen. Genau, ein Spartaner ist es. Ein Spartaner? Ja, guck mal, jetzt machst du die auch so platt. Dann kann doch kein Herkules sein. Da brauchst du den Zahn gar nicht. Boah. Ja, die Bälle, die Feuerbälle ziehen aber nicht so viel. Am meisten sind die, ähm... Boah. Das kannst du doch mal loben, bitte. Ja, sehr gut. Gut gemacht, Thomas. Ja, du bist schon Pro. Ja, voll der Pro. Wie fandst du die Schokolade jetzt? Ja. Du bist mir ein bisschen zu crisp. Steht ja auch. Steht ja auch nur so crisp drauf, ne? Da ist auch noch knusperbar Keks, wenn du zur Not, wenn du auf keksiges Zeug stehst. Ey, aber es läuft jetzt wesentlich besser mit den Messern. Guck mal, wenn er sich so dahin stellt, komm ich an die Runde. Hier kommst du, Hotstepper. Ja. Der steht jetzt nicht so heroisch. Der steht eher tun-tisch. Wie kann man da runter? Hä? Das ist ein Bug. Bug! Wir haben einen Bug! Ah, ja. Nein, doch nicht. Doch nicht. Achso, die sind... Ah, das war aber... Fireball, yes. Guck mal, da unten ist... Wenn du jetzt den Schalter aufmachst, jetzt siehst du das Viech da ja auch. Ja, jetzt siehst du, ja. Ich mein, man hätte ihm knackeren Hintern machen. Kann ich den da unten abknallen, wenn ich jetzt... Ja, und dann hoch vielleicht. Kannst du nach oben und dann den Fireball da runterfallen lassen. Nee, weiter. Boah, der... Da meint es hin. Fällt nicht. Ich mein, der eine hier... Der hat aber... Der ist aber... Ja, eigentlich... Doch, so... Wenn ich noch ein Stück weiter... Ah, guck mal, hier kannst du da runter. Siehst du? Nee, da komm ich nicht runter. Doch, jetzt rechts vorbei, klar. Und dann hier runter. Es wäre... Nein, hier... Ja, ich weiß. Hab ich vorhin probiert. Zeig ich sie doch mal. Hört auf. Ach so, da ist ja eine Tür. Scheiße. Ja, genau. So. Ja. Nur mal für... Nicht gesehen. Ja. Hm? Vielleicht muss man den Schalter aufbeziehen. Wie kriegt den Typ jetzt unten weg? Ja, durchkriechen ging ja nicht, ne? Ist der jetzt weg? Jetzt ist er weg? Klar ist er weg. Ja, sag ich doch. Den hat man letztes Mal nämlich auch nicht gesehen. Jetzt kommen sie wieder alle. Nee, ich glaube nicht, oder? Ach so, weil du da schon mal warst, oder wie? Aber das ist ja... Okay. Sollen wir das hier unten trotzdem machen? Der ist ja jetzt weg. Ist der? Ich hab doch was... Grund... Was grunzen. Warte. Jetzt. Warum hier heute keiner reinkommt, frage ich mich. Guck mal, da unten sieht das... Ja, das geht doch gar nicht. Wie geht das? Wie soll das gehen? Ja, jetzt. Nach links. Jetzt. Nee, warte mal. Oh, hab ich das gemacht? Boah, was geht da unten ab? Was war denn das für ein... Goldmask. Ach so. Ah, yeah. Yeah, boy. Jetzt können wir nach oben voll geladen. Und wir die ganzen Gargoyles abschießen. Sehr gut. Thomas, Mensch. Ja, es ist... Jetzt läuft's. Und die Tür ist offen. Und die Tür ist offen. Halleluja. Ja. Ja, toll. Und jetzt? Der muss da hoch reinspringen. Das Ding. Und die Leiter. Okay. So. Wie ihr seht, seht ihr nichts? Ja. Noch mehr Fireball. Ey, dieser Fireball und diese konzentrierten... Jetzt hast du einen doppelten Fireball. Die Schwerter sind wirklich der... Der ist so imber. Es läuft, ja, wirklich. Man muss die einfach so ein bisschen langsam vorantasten. Hast du geguckt, was Gorts kostet? Äh, nee. Leider nicht. Was... Was denkst du? Was würde man für so ein Spiel abverlangen? Ich glaube, jetzt nicht so viel, oder? Man könnte... Ich glaube, 20er oder so. 1990 wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das stimmt sogar. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich könnte es mir so vorstellen. Es geht halt raus an ganz viele Retro-Fans, ne? Obwohl, ich glaube, mein Sohn würde es auch spielen. Hat er sogar, tatsächlich. Auch auf dem Dings, auf dem iPad. Weil ich nicht weitergekommen bin, hat er das gespielt. Ja, ey, manchmal von der jüngeren Generation kann man wirklich gute Sachen machen. Ey, guck mal, ich kann seine Dinger abschießen. Die sind sonnig. Wie, was? Oh, der fällt runter. Nein! Aber wir sind wesentlich besser. Ey, jetzt sieh, pass auf, da wieder die Viecher. Die Gargoyles. Na, die sagen wir mal, komm. Ne, die müssen erstmal auftauchen. Die Papier, die Papier-Gargoyles. Ah, guck mal. Siehste, guter... Hm? Sehr gut. Aber wir haben schon 91.000 Punkte, so viel hatten wir vorhin nicht. Ich hoffe, wir schaffen jetzt... Gold, gold, gold. Es ist das rein Gold. Und ein dicker Sack voll Gold. Ey, ich seh euch, Jungs. Ihr braucht mich ja nicht so... Die rollen eben total hier, weil... Da oben kommt er jetzt auch noch von oben, ne? Oh. Schalter, Schalter. Ja, warte erstmal. Ich will mich erstmal... Ich will mich erstmal um diese Viecher kümmern. Was war denn das jetzt? Weiß ich auch nicht. Teleport Key. Achso, damit kannst du dich teleporten. Mach's mir doch nicht so schwer? Wirklich? Ach... Ich zieh jetzt mal an dem Hebelchen hier. Und ich glaube, dann kommt man bestimmt... Ganz woanders hin. Scheiße, was geht da denn ab? Ey, das ist... Mein Gamepad vibriert hier auf die Rakete. Also... Da kann man wahrscheinlich einfach rauf gehen, oder? Hä? Äh... Na gut. Was geht denn da ab? Irgendwas ist hier... Irgendwas ist da los. So ein Monstermäßes Trumgekrunze. Komm mal, Alter. Was geht denn jetzt ab? Thomas hat hier Double Firebolt. Hä, was war das jetzt? Das war, glaube ich, da unter. Das konnten wir nur nicht sehen. Boah... Das macht... Ne, warte mal. Wir sind jetzt hier wieder... Da, wo die... Das sind da, wo waren noch die Gargoyles. Nein, ich bin hier rein... Und bin da hinten wieder aufgetaucht. Ja, genau. Und unter dir war... War ja der... War der Party. Genau, da sind sie ja. An der der Party. Na, das ist ja wirklich... Vielleicht springt da hinten runter. Hab ich mehr Chancen, die zu wissen, oder? Oh Gott. Aber, aber... Ja, es ist ja... Ich hab was abgezogen. Ja, man zieht wirklich viel ab, wenn man so weit runterfällt. Fallen die runter, ne? Doch, die fallen runter eigentlich. Ne. Ach, Alter, was geht der jetzt nicht? Was ist denn da an der Seite? Ich trau mich da nicht runterzufallen. Ne, da ist dann... Das ist auch ein bisschen blöd, dass die Punkte sich so ein bisschen voll jetzt, wo das Level-Design schieben. Ja, wie komm ich jetzt da hoch? Nochmal den Schalter hochdrücken. Machen wir. Ne, aber du musst hier... Du musst auf die anderen da... Die Leiter, oder? Die anderen kaputt machen. Leichter gesagt als getan, ne? Ach, nee. Weil ich auch was für ein Leben jetzt habe. Warte mal. Jetzt haben das hier... Ja, schade. Energie. Wahrscheinlich muss man sogar noch einen höher. Bestimmt. Was soll denn das? Ich drück nach oben, wenn ihr Flatter geht. Man springt doch jetzt total den Flatter. Man geht doch einfach halt nach oben, oder? Man dreht einfach mal um. So, jetzt haben wir jetzt. So. So. 100.000. Extra live, oder? Mhm. Was ist mit dieser Tür? Da waren wir schon. Ja, kommen wir auch. Achso. Ne, da kommst du wieder nach links. Ganz nach links. Aber müssen die da vielleicht hin? Und da jetzt? Und da? Kann man das Ding, die Steine da oben abschießen vielleicht? Ich weiß nicht, wie. Ich muss pinkeln. Hammer. Und so hält auch. Warte mal, ich zeige dir jetzt. Kannst du mal sehen, wenn er pinkelt, wie es aussieht? Direkt ins Fenster. Was ich nicht verstehe. Erst mal, ich bin noch ein bisschen lauter, die Musik haben. Komm, wir machen den Sound ganz hoch. Das hat ja irgendwie eine geile Atmosphäre, die Musik. Da oben, die beiden Türen, ne? Ja. Da kommen wir jetzt einfach gar nicht weiter, weil... Du den Schlüsseltrick machen musst. Ne, du musst da oben hier halt irgendwie hin, ne? Ja, aber da kommt man ja nicht hin. Bestimmt mit so einem Teleporter. Soll ich mal woanders... Soll ich mal nochmal unten lang gucken? Ja, da waren ja die ganzen Viecher eigentlich. Ne, ganz links. Kann ich hier durch? Ne. Ne. Oh, was denn da? Oh, Mann. Ja, ich könnte da rüberspringen irgendwie von der Leiter, aber das wird knapp... Was ist denn da links jetzt? Nein, von da sind wir eigentlich gekommen. Guck mal hier. Ja, ja. Ey, ob der, der... Oh, sehr gut. Voll. Das Ding denn jetzt her? Einfach mal... Man muss überall lang gehen. Das ist krass. Man muss einfach überall lang gehen. Okay. Schaffe ich es von dieser Leiter da rüber zu springen? Krass, glaube ich nicht. Ja, wie kommt man denn da hin? Soll ich es mal probieren? Oder ne, das wird jetzt... Das ist klar... Wenn ich jetzt mal hier... Ich mache mal einen Testrun in die Richtung. Guck doch, ne? Der springt schon ziemlich weit. Ja. Denkst du nicht? Von der Leiter glaube ich aber nicht, weil man... Guck mal da, bam! Man kann so... Ja, aber da ist ja oben die Mauer, weißt du? Ich probiere es einfach. Ne. Meinst du nicht, wenn ich jetzt so... Es ist nicht so... Ja, vielleicht... Ja, kann vielleicht sein. Schwer. Wahrscheinlich eher von hier. Schätze ich mal. Direkt so mit Ander auf West. Als auf... Als auf die Leiter rauf. Keine Ahnung. Deine Entscheidung. Boah, hier ist ja der Optim. Weißt du was? Wir gehen nochmal alles andere ab. Und durch. Vergewissern uns. Ich kann ja jetzt mal die Typen erstmal unten noch platt machen. Der eine, der hier rum... Der hier rumspuckt. Wieso ein Wahnsinn, ja. Hä? Auf einmal ist der Schlüssel da. Guck mal. Ne, der war schon ganz hätt da. So. Du ätzender Typ, du. Okay, hier waren wir ja schon überall. Ah, jetzt bin ich auf... Das ist ja die Seite, wo ich... Ja, aber was... Genau. Oh, aber guck mal, weißt du was, wo es weitergehen kann? Hier kannst du weitergehen. Wahrscheinlich müssen wir... Mach nochmal den Schalter hoch. Und nach rechts, ganz rechts geht's nicht... Ne, ist ja die... Was machst du nochmal? Für das Protokoll. Okay, vielleicht müssen wir mehr Schalter umlegen. Und dann müssen wir unten durch. Dann kommen wir irgendwie oben zu dieser anderen Tür. Wo sind noch Schalter? Da ist noch einer. Damit haben wir die Tür öffnet. Sollen wir jetzt mal gucken? Jetzt geh mal jetzt durch. Vielleicht... Vielleicht hat... Ne, die hat jetzt... Das hat die Tür aufgemacht. Ja, ich weiß... Ne, aber geh mal jetzt durch. Wenn der Schalter oben ist. Ich glaube, wir sind hier hinten. Er könnte recht haben. Aber was geht denn da? Ach, das ist der Stein. Der schleift sich durch die Landschaft. Aber wirklich. Ein Landschaftsschleifer. Vor allem, der nimmt mich gar nicht mit. Ein Landschaftsschleifer. Das ist ein reiner Landschaftsschleifer. Ja. Und wenn ihr das Gamepad anfassen könntet, das Ding schleift richtig. Okay. Und wenn man da runterfällt, wo fällt man denn hin? Ich habe eigentlich Angst, dass man auf diese Keulen fällt, die so hochkommen. Die drei Keulen, weißt du? Ja, das sind die, ne? Das müssen die sein. Wenn man da runterfällt, so von der... Weißt du, vom Leveldesign her könntest du... Und da hochkommst du so nicht, ne? Ne, wie denn? Das ist das Problem. Aber vielleicht ist ja genau dafür der Teleporter da, ne? Guck mal, wenn ich da runterfalle, ich merke jetzt mal da so ein bisschen die Ecke. Ja, ja, ist ja... Ich fall direkt durch die Keulen. Ne, doch nicht. Ja, aber vielleicht ist da noch ein Schalter, weißt du? Weil da waren wir nämlich noch nicht. Da ist ein Schalter. Sind das meistens das andere Keulen? Du fällst auf... Ja, aber dann verliert ihr so viel Leben. Ne, du fällst nicht auf andere Keulen. Das habe ich nicht. Du sagst, ich soll da runterfallen, ne? Ja, fäll mal runter, los. Ne, das ist auch ne... Okay. Er steigt... Er zimpelt... Also, er hat nicht so richtig Bock drauf. Okay, ich mach das jetzt einfach. Ja, ich glaube, ich bin tot, ehrlich gesagt. Aha. Aha. Oh, du musst schnell... Du musst da rüber, über die Dinger. Ja, jetzt. Ne, warum? Ja, weil du... Ne, ich glaube... Meinst du durch die Tür? Ja, klar. Ach, guck. Alter. Ah! Mir juckt. Es ist aber echt heftig. Also, richtig... Das ist ne gute Rätsel, ja. Sind echt... Habe ich den Schalter jetzt umgelegt? Ne, habe ich noch nicht, ne? Rätsel. Echt intelligentes Spiel. Juuu. Ey, Julian, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Wirklich. Ich bin beeindruckt, wie gut wir zusammen dieses Spielen spielen. Was, jetzt? Ja, jetzt. Gute Frage. Das ist wieder so'n Ding hier. Unglaublich. Ne, das kann ja nicht sein. Vielleicht ist jetzt unten die Luke offen. Unten war noch so'ne Luke, weißt du? Ne. Doch. Zeig's dir. Weiß ich nicht mehr. Ja, zeig's dir. Schlüssel. Ja, und Luke ist auf dem Seichter. Ah. Zack. Vorsicht hier. Ey, Mann. Warum lässt er sich denn immer fallen? Musst du denn nicht nach oben drücken? Das ist der Endboss. Der erste Endboss. 100 Pro. Krass. Krass. Was ist das? Ui. Boah. Alter. Ich hab ihn. Yes. Den Centurion. Wahnsinn. Ey. Fett. Krass, also. Hab ich den einen reingewirkt. Wie er seinen Kopf dreht. Hier guckt er. Ist auch krass. Wo spring ich denn hin im alten Game? Ich guck einfach gerade aus. Ja, aber ist krass, was schon möglich war, ne? Äh. Tja. Kommt da wieder. Ach, Jesus ist da. Der Mann mit den Latschen. Ja, cool, Leute, ey. Bis zum Endboss haben wir's geschafft. Ich glaub, das war, ja, vom ersten. Wie viel Level? Also, wie viel Level? 4,4 von 4,4. Also, 4 mal 4. Naja, also, ich mein, jetzt das Erste, die ersten drei, also, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 war jetzt nicht gerade einfach, würde ich sagen. Es hat einfach angefangen. Was das Gute bei dem Spiel ist, ist es wirklich einfach zu lernen, aber schwer zu meistern. Das macht sich echt aus. Man hat gute Rätsel. Und, ähm, ich kann's auf jeden Fall jedem empfehlen, der damals Gotts gespielt hat. Das ist echt ein gutes Remake. Also, mir hat's Spaß gemacht. Ja, mir hat's mega gefallen. Und, äh, was die anderen drei Level hergeben, ich mein, der Julian weiß es wahrscheinlich schon. Ne, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, wirklich. Ach, der kann sich nicht mehr erinnern, okay. Nein, also, ich hab's auch immer nur bis zu, äh, ich war ja auch unsterblich, wenn man, wir haben immer so einen Code bekommen, wo man halt dann unsterblich war. Gecheatet. Mein Name ist Cheaten. Gecheat-Team. Findet man bestimmt auch im Netz irgendwo einen Cheat. Ähm, nee, aber cool. Hat mich echt gefreut. Ähm, war ja für unser erstes Let's Play. War ziemlich cool, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht. Hier, bester Let's Play-Partner ever, muss ich echt sagen. Ja, aber wir wären gar nicht zum Endboss gekommen, ne, wenn ich hier nicht auf dieser Couch bin. Das stimmt allerdings, ja, hat irgendwie, hat mir so ein bisschen Mut zugesprochen. Ne, cool, super. Bleib dran, mal sehen, ob da noch was kommt von unserer Ecke hier an der Couch. Ja, du meintest, du meintest ja doch, ähm, dass die Bitmap-Budders noch ein anderes Game machen. Was meintest du von mir? Terrican meinte ich. Ja, genau. Fand ich es von einem Bitmap-Budders? Das wäre vielleicht, das wäre vielleicht eine Option, aber wie gesagt. Wenn nicht, äh, vielleicht haben wir ja nochmal Bock irgendwie ab Level 2 demnächst hier zu spielen, oder? Alles klar, goodbye, danke, ciao. Tschüss. War doch cool, oder? Ja. Hast du schon mal in Let's Play gesehen, wie die anderen sich verabschieden? Die machen dann immer, ah, 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 und drehen immer voll ab und wir von Sirius kommen. Ja, da wäre es dann Zeitpunkt, um alles abzuhalten. Dann, ja, was alles. Wir wollen uns am Finger. Wir wollen uns am Finger. Wir wollen uns am Finger.